Rote Rosen, Dillay stößt Simon mit ihrem Kinderwunsch vor den Kopf. Lüneburg, werden Babyprobleme zum Beziehungsknick? In der ARD-Telenovela Rote Rosen verspürt Dillay, gespielt vom 26-jährigen Idealkanal, einen tiefen Wunsch nach Nachwuchs. Wie man in der Vorschau sehen kann, kommt Simon, Tore Luthier, 30, mit dem plötzlichen Kinderwunsch nicht zurecht. Zumal er zunächst einmal ein Startup gründen möchte. Dillay wird alles tun, um seine Meinung zu ändern, aber kann sie es schaffen? Nachdem Carla, Maria Fox, 48, eine schockierende Aussage macht, erkennt Günther, Hermann Tolke. 70, dass er immer noch in Merle, Anja Franke, 59, verliebt ist. Also beschloss er, so schnell wie möglich nach Costa Rica zu fliegen. Doch kurz vor der Abreise kommt es zu einer bösen Überraschung. Merle findet sich plötzlich mit einem anderen Mann in einer Hotellobby wieder. Marvin, Maurice Pawewski, 25 Jahre alt, möchte seinen Plan verwirklichen und seinen Lieferservice erweitern. Dafür haben er und Damo, Tim Valerian Alberti, 21, mehrere Lastenrede-General überholt. Ralph, Hardy Krüger Jr., 55, bietet Marvin eine Mitfahrgelegenheit nach Cottbus an. Bevor ich gehe, fällt mir wie Günther etwas ein. Ralph erhält Informationen, dass Marte in den Diamantenschmuggel verwickelt ist. Endlich konnte er ihm ein Ende bereiten. Rote Rose, Tina schlägt Gunther einen Kompromiss vor. Nach ihrem geplanten Date kommen sich Seider, Renan Demircan, 68 Jahre, und Hannes, Klaus-Tieter Klausnitzer, 84 Jahre, noch näher. Dann erhält Hannes eine überraschende Einladung. Günther bleibt stur und will Tina, Katja Frenzel, 49, nicht aus ihrem Kita-Wachtvertrag entlassen. Gemeinsam mit Ben, Rakin Michael Meziani, 56, überlegt sie, wie sie Gunther überzeugen kann. Sie gibt den Laden auf, kommt aber ihren verbleibenden Verpflichtungen nach. Sie bot ihm einen Kompromiss an. Zumindest wäre es mir damit möglich, nebenberuflich als Töpfer zu arbeiten. Aber will auch Merle das so? Die Rote-Rosen-Folge Kinderwunsch vs. Karriere, 3865, läuft am Mittwoch, dem 8. November 2023, um 14.10 Uhr im Ersten. Ihr könnt sie bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.